Der Kunde hat sich Etiketten bestellt, umso mehr, umso günstiger. Dann hatte er 10.000 Bratwurstkeck-Etiketten, dann kam eine Gesetzesänderung, hatte gerade 2.000 verbraucht. Dann musste er 8.000 wegschmeißen. Und das war so der Gedanke, wie kann er sich ansprechende Etiketten machen, ist flexibel. Wir haben dann mit so einem Etikettendrucker ein wenig rumgespielt und versucht, das irgendwie mit einer Software auf die Reihe zu kriegen. Und dann ist so das ganze System nach und nach entstanden. Bis zum heutigen Tag stehen unsere Produkte für höchste Qualität kombiniert mit einfacher Handhabung. Und mittlerweile haben wir einen Kundenstamm von 4.500 Kunden. Also nach dem Generationenwechsel war uns beiden sehr wichtig, dass weiterhin die Kunden zufrieden sind. Und dass auch die Kunden wissen, dass Entfernung keine Rolle spielt, da wir per Internetfernwartung sofort und immer helfen können. Genau, die Software habe ich jetzt installiert. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man die Etiketten erstellt. Da spielt oft das Persönliche einfach mit rein. Und man versucht dann schon, den Kunden ehrlich zu beraten und Abläufe auch für ihn zu vereinfachen. Sie können sämtliche Schriftdaten einstellen, mit OK bestätigen. OK, gerne. Egal ob Auszeichnung oder Etikettierung, wir bieten unseren vielen Kunden die Komplettlösung. Natürlich auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Wir bieten verschiedenste Lösungen. Vom kleinen Einsteigermodell bis hin zum halbautomatischen Etikettiersystem. Mit dem Halbautomat etikettiert eine Person ca. 600 Behältnisse in der Stunde. Wir beraten Sie gerne für das passende System. Uns ist der Service ganz, ganz wichtig. Geht mal ein Gerät kaputt, reparieren wir das selbst im Hause. Damit Sie in der Zeit weiterdrucken können, kriegen Sie von uns ein Leihgerät. Sie möchten Etiketten mit Ihrem eigenen farbigen Logo? Wir sind behilflich bei Etiketten und Produktgrößen, Materialeigenschaften und Kleber sowie der Erstellung des Layouts. Wenn man doch mehr etikettieren möchte, sind jetzt mittlerweile auch Vollautomaten viel gefragt. Beim halbautomatischen Etikettiersystem hat man drei bis vier Arbeitsschritte, das beim Vollautomat komplett wegfällt bzw. noch einer ist, Dana. Kurz gesagt, wir von Schaumama24 können Ihnen helfen, Ihre Abläufe im Betrieb zu verbessern. Wir sind Kunde von Schaumama24 seit der ersten Stunde. Den hat der Chef noch selber zusammengeschweißt als Etikettenabroller. Wir sind super zufrieden. Wir werden nie woanders hingehen. Ob du nachts um 10 Uhr anrufst und dir einen Support über TeamViewer machen, überhaupt kein Problem. Fast 24 Stunden erreichbar per WhatsApp, Telefon. Man kann jederzeit schreiben, anrufen. Wir von Eichstaller Käse sind zu 100% zufrieden mit Schaumama24. Dadurch, dass sie uns eine große Flexibilität bieten zur Gestaltung unserer Etiketten. Wir schmeißen keine Etiketten mehr weg, weil sie immer wieder frisch nachgedrückt werden. Man kann auch eine Sorte für Kleinscharse machen zum Testen. Für jedes Produkt gibt es das richtige Etikett, egal ob Form, Größe oder Farbe. Flexibilität, Regionalität und auch ein junges, motiviertes Team. Also besser geht es nicht.